Moin Moin und herzlich willkommen zu einem kleinen, aber auch coolen Ankündigungsvideo auf meinem Kanal. Denn vielleicht habt ihr es schon auf Social Media Kanälen, zumindest falls ihr mir auf Twitter folgt, habt ihr das schon mitbekommen. Ein paar Technik-Kollegen aus dem internationalen Raum und ich werden am Freitag 20 Uhr bis Samstag 20 Uhr einen Spenden-Livestream veranstalten. Wie ist das Ganze entstanden? Adam Conway von XDA, ein cooler Kollege von mir, hat mich irgendwann mal vor ein paar Wochen angeschrieben. Hey Nils, hast du Bock bei so einer Aktion mitzumachen? Wir wollen einen Spenden-Livestream machen. Da habe ich gesagt, ey, die Idee hatte ich tatsächlich auch genau letztes Jahr, aber das ist dann nicht so richtig ins Rollen gekommen. Und er hat dann ein paar Leute aus dem Technikraum international, die er kennt, mit ins Boot genommen und dann ist das Projekt Techathon Live entstanden. Wir haben auch schon eine Webseite, techathon.live, könnt ihr mal in die Beschreibung gucken. Da findet ihr dann auch alle Informationen, natürlich auf Englisch, auch der Stream wird auf Englisch sein, weil internationales Ding. Und da sprechen halt die meisten Englisch und eigentlich kann er Deutsch, nur ich in dem Fall. Wie ist das Ganze denn aufgebaut? Falls ihr schon mal Friendly Fire oder so ein Projekt gesehen habt, die auch immer jedes Jahr Geld sammeln wollen, wollen wir das jetzt auch in dem Fall im Technikbereich als jährliches Ding oder halbjährliches Ding vielleicht sogar veranstalten. Das ist dann letztendlich ein 24-Stunden-Livestream, wo wir zum Beispiel Minecraft spielen werden. Ein IRE wird mit ein paar Leuten Dungeons & Dragons spielen. Vielleicht habt ihr schon mal von Jackbox Party Pack gehört, aber es wird auch Among Us geben. Es wird auch einfach nur ein Laber-Livestream geben. Deswegen, da sind alle, wir haben 24 Stunden Zeit, da wird es alle möglichen Sachen geben. Wer ist denn jetzt nun alles dabei? Neben Adam Conway und seinem Kollegen Zachary Wander von XDA Developers, vielleicht kennt ihr die ja, sind auch noch Corbin Davenport, Jules Wang und Max Weinbach von Android Police mit dabei. Natürlich nicht alle immer dauerhaft, aber das wird dann immer so wechseln. Wir haben da auch schon so einen kleinen Kalender aufgebaut. Den findet ihr dann auch auf der Webseite. Und dann haben wir uns noch ein paar Leute von 9to5 Google ins Boot geholt. Vielleicht ist Max Jamba noch dabei. Das müssen wir ein bisschen schauen. Das ist dann auch ein bisschen spontan. Deswegen, da kann ich noch nicht so viel versprechen. Aber ich hoffe, dass es einfach eine coole Konstellation wird und dass es einfach coole 24 Stunden sind. Wofür sammeln wir denn eigentlich? Wir sammeln für Ärzte ohne Grenzen. Das ist eine private Organisation, die in Krisengebiete fährt und dort die Leute versorgt. Vor allem auch Kinder und Jugendliche, aber auch Ältere und Erwachsene. Das heißt, für die haben wir gesagt, okay, für die wollen wir Geld sammeln. Wie machen wir das? Über Tiltify. Vielleicht kennt ihr die Plattform ja schon. Das Tiltify ist eine Plattform, die sich genau auf so etwas auf Spenden-Livestreams professionalisiert hat. Das heißt, die arbeiten zum Beispiel mit Ärzten ohne Grenzen zusammen. Und bei Tiltify kann man sich einen Account anlegen. Wenn man dort spendet, geht das Geld dann nicht direkt an uns, sondern direkt an Ärzte ohne Grenzen. Wird aber bei Twitch.tv dann letztendlich bei uns im Stream angezeigt. Das heißt, die haben sich genau für sowas spezialisiert. Da bleibt kein einziger Cent auf unserem Konto. Das geht alles direkt an Ärzte ohne Grenzen. Warum erzähle ich euch das? Weil ich natürlich hoffe, dass auch ein paar von meinen Zuschauern dann mit dabei sein werden. Auch jeder Cent zählt, jeder Euro zählt. Wir haben da auch ein bisschen mit Ärzte ohne Grenzen geschrieben. Die freuen sich wirklich über jeden Cent. Das würde auch mich sehr stolz machen, wenn ein paar von meinen Zuschauern dann auch mit im Livestream dabei sind. Genau, das war eigentlich auch schon alles so. Deswegen hoffe ich, dass ich viele von euch Freitagabend, Samstagmorgen, Mittag oder Abend sehen werde in dem Livestream. Das ist natürlich dann auch auf Englisch. Ich werde da mein Bestes geben. Und ja, hoffe, dass dann ein paar von euch dabei sind. Sonst sehen wir uns einfach im nächsten Video wieder hier auf YouTube. Da sind noch ein paar bis Ende des Jahres noch offen. Deswegen abonniert gerne den Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund und tschüss.